hallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von bmg3 ich bin auch gleich mit themen ok weiß ich mal was das sein soll aber es ist interessant heute amerikanischer schulbus blubber und ja ich bin gespannt was für eine zeit der hinlegen wird denn ich weiß dass der bus echt schnell kann also da kann 120 also da ist schon richtig flott ich glaube ich wird etwas schneller als die letzten sachen so ja dann würde ich sagen leg mal los 3 2 1 geht daher ab hier ja muss ich aufpassen den kurven weil er trifftet so leicht der geht gut alter und bremsen 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 ein bisschen ins grüne gefahren so weiter geht's durchziehen alter geht echt heftig gut schau mal hier ey was der für ein speed gibt ja ja hohohoho leck mich ein bisschen über ins grüne ja nur ganz leicht und durchziehen 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 wo das wird ein krasser zeit glaube ich zwei minuten okay es ist keine wahnsinnszeit aber er ist schneller als der ford ltd also hat schon eine krasse zeit jetzt hingelehrt das hätte ich jetzt nicht erwartet mein leben hören der bruce hat was drauf ja vielen dank fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen wenn es der fall ist lass den netten wir sehen uns dann im nächsten video bis dann tschau tschau